Vermeide im Krypto-Bärenmarkt unbedingt folgenden Fehler und kaufe nicht alle Altcoins, die jetzt extrem günstig erscheinen. Genau mit dieser Aussage nehme ich dich mal mit in die Stats des Bullruns 2017, die CoinMarketCap-Listung der Top-Kryptowährungen und möchte dir einfach mal so einen kleinen, aber feinen Unterschied zeigen, warum ich voll eingefahren bin mit meinen Investments, die ich in Altcoins 2018 und 2019 in den tiefsten Bärenmärkten gekauft habe, anstatt dass ich einfach schön den Markt beobachte und mitinvestiere. Ich möchte dir einfach mal zeigen, welche Zahlen wir damals hatten. Der Bitcoin kurz vor dem All-Time-Hype fast 20.000 Dollar und Coins sind innerhalb von 7 Tagen nicht selten um 300% gestiegen, wie Cardano zum Beispiel. 200% für Ripple in einer Woche und noch heftiger war zum Beispiel Tron mit 700% in einer Woche. Das sind unglaubliche Zahlen, die echt durch den ganzen Markt durchgegangen sind. Wirklich bis unter die Top 100 hattest du maximale Profite und was ist mit diesen Coins heute? Ich möchte die Top 10, Top 50 mal vergleichen und euch ein paar kleine Feedbacks dazu geben, was mein Fehler war, denn ich habe zum Beispiel auch Ripple unter 20 Cent gekauft. Ich habe auch Cardano unter 50 Cent gekauft und, und, und. Und diese Investments sind niemals so gut aufgegangen wie neue Altcoins, die in den Bärenmarken gelauncht sind und die Bullruns mit unglaublichem Volumen mitgenommen haben. Wir erinnern uns an Solana, gelauncht bei 50, 60 Cent war er schon kaufbar und All-Time-High bei 220 Dollar. Und für mich gilt es eigentlich in diesem nächsten Zyklus genau solche Altcoins bis dahin zu finden, da rein zu investieren und hoch zu verkaufen, anstatt dass ich diesen ganzen Altcoin-Restmüll aus den vergangenen Märkten kaufe. Weil ja, es sieht zwar sehr günstig aus und manche Coins haben sicher das Potenzial zu steigen, aber wenn wir uns doch ehrlich sind miteinander, es hat immer in den Bullruns geheißen, Altcoins können minus 90% korrigieren. Als es wirklich jetzt passiert ist und im Passieren ist, sind alle erstaunt und erschüttert, dass es wirklich so passiert. Und wie wir sicher auch schon alle einmal gehört haben, heißt es, dass über 90% der Altcoins den Bitcoin-Bärenmarkt nicht überleben. Und jetzt ist natürlich der Punkt, wo sich die Spreu vom Weizen trennt und zu 100% auch 9 von 10 Altcoins nicht mehr All-Time-High erreichen. Vielleicht machen die ein 1, 2x, vielleicht machen sie auch ein 10x, aber wenn du schon minus 98% gecrashed bist, wird dir das auch nicht mehr viel von deinem Investment zurückbringen. Deshalb schauen wir uns jetzt einfach mal so ein paar Altcoins an. Ich werde meinen Senf dazugeben, vielleicht kannst du dir was daraus ziehen. Natürlich freue ich mich auch über einen Daumen nach oben, wenn du diese Inhalte feierst, wo ich etwas meines Know-Hows aus den vergangenen Zyklen mitbringe und meine Learnings daraus mit euch teile. Freut mich natürlich wie immer, auch wenn du noch nicht abonniert hast, gerne abonnieren, unterstützt mich immer megamäßig und freut mich, wenn meine Inhalte gut ankommen. Ich möchte einfach mal starten mit diesem Top 10, denn da hat sich wenig getan, beziehungsweise sind einige Coins noch bekannt. Ripple immer noch eine maximale Market Cap, die Top 10 würdig ist. Ethereum damals noch bei 700 Dollar und hatte noch einen 100% Move zum All-Time-High vor sich. Litecoin absolut kranke 300 Dollar, Cardano 50 Dollar, da pendeln wir uns jetzt gerade auch wieder ein. Iota, wahnsinnige 4 Dollar, Dash, 1000 Dollar, wo wir jetzt so um die 60 Dollar rumpendeln. Nem Xem, was kein Mensch mehr kennt und glaube ich bei 8, 9 Cent so viele von denen gekauft habe und die jetzt immer noch im Minus sitzen. Ein Monero, der es jetzt schwer hat, als Privacy-Coinen schon von Börsen entlistet wird. Und, und, und. Ein Neo, der schon bei 200 Dollar war und der jetzt so auf 6, 7 Dollar herumdümpelt auf diesem Bärenmarkt. Bitcoin Gold, ein Fork, den keiner mehr kennt, hat die 300 Dollar auch nie wieder gesehen. Und, und, und. Also das zieht sich hier wirklich spannend nach unten durch. Und ein Bitconnect, ein Scam-Coin, der offensichtlich ein Scam war, ist jetzt auch so auf die Null gegangen von 400 Dollar. Das ist schon ziemlicher Wahnsinn, vielleicht zu vergleichen mit Terra Luna, könnte man in 3, 4 Jahren sagen. Stratis, ein Coin, wo ein Kollege von mir glaube ich aus 2000 Dollar 6-stelligen Profit gemacht hatte und die ganze Talfahrt leider wieder mit nach unten genommen hat und glaube ich Break-Even dann ausgestiegen ist. Also unglaubliche Geschichten hinter diesen Coins, die jetzt schon lange vergessen sind und leider vergessen sind, weil mittlerweile habe ich auch daraus gelernt, dass man diese ganzen Altcoins teilweise abstoßen muss. Den Kollegen habe ich hier noch gefunden, 10X, vielleicht kennt das ja der eine oder andere. Der Vorgänger der Defet-Shade ist meine eigene Interpretation davon. Es war auch eine Firma von Dr. Julian Hoss, die damals ein bisschen darunter gelitten hat, dass sich diese Firmenstruktur der Chefs ein bisschen aufgelöst hat. Mehr muss ich dazu glaube ich gar nicht sagen, ist einfach eine heftige Geschichte gewesen hinter diesem Projekt. Und was meine Strategie 2018 und 2019 war, ist halt folgendes gewesen. Ich habe mir diese Altcoins angesehen, wo waren die All-Time-Highs, wo sind die Coins jetzt? Habe Ripple unter 20 Cent gekauft, ich habe IOTA-Massenheiß nachgekauft, ich habe diesen NEM-Coin gekauft, ich habe NEO gekauft und ich habe richtig viele Altcoins gekauft und zum Glück, Leute, ich muss sagen, zum Glück war mein Streufeuer groß genug, um diesen Coin hier zu erwischen. Den Binance-Coin habe ich zwar nicht bei 5 Dollar erwischt, aber ich habe ihn bei 20 bis 30 Dollar gekauft und das auch noch mit einem guten Bag. Also ich habe da wirklich ordentlich reingebuttert, für mich war das damals auch viel Geld, ich war kein Kryptomillionär, ich habe diese minus 90% Korrektur und teilweise noch stärkere Korrekturen mitgenommen, habe Totalverluste erlitten, wurde in Scams quasi wirklich ausgenommen bis zum Ende. Ich habe dann halt wieder zum zweiten, dritten Mal dazu entschieden, okay, auch wenn ich mein ganzes Geld verloren habe, ich gehe wieder rein und mache es diesmal richtig. Was habe ich damals gemacht? Ich habe Ripple eben gekauft, hat zwar von meinem Einstieg zu diesem lokalen High 2, 21, 22 und 10x gemacht, war aber auch nicht überragend mit Binance-Coin, 30x bis zu einem Coin mit 300x war mein Portfolio dann bestückt. Und meine These ist jetzt folgendes, wieso sollten Altcoins, die schon Millionen, hunderte Millionen Volumen und Market Cap haben, wo Leute schon richtig dicke Bags haben, nochmal pumpen? Und kann es sein, dass im nächsten Bullrun unsere Top 50 Altcoin Liste auf Coin Market Cap genauso anders aussieht, wie die jetzige zu 2017? Denn ich persönlich glaube und demnach richte ich auch stark mein Investment aus, dass Altcoins, die im Bärenmarkt launchen, wir erinnern uns an Solana, 50, 60 Cent Launch, 220 Dollar All-Time High, also da hast du ordentliche Millionen machen können, mit einem sehr kleinen Investment von ein paar tausend Euro, wirklich, wirklich geisteskrank, wenn ich mir diese Renditen ansehe. Und ich habe auch einen Punkt klar festgestellt, der mir nicht mehr aus dem Kopf geht und kein Cent mehr in diese Richtung überwiesen oder investiert wird. Ich werde keine Altcoins mehr kaufen, die schon hohe Volumen haben, die schon hohe Coin Market Cap haben, wo ich zum Beispiel die Tokenomics verstehe und wo ich weiß, dass zum Beispiel bei Avalanche ein Typ 1% aller Token hat, der nicht mal Founder ist oder so. Und wenn der jetzt sein 1%, was 50 Mio sind, auscashen will, dann kann er das einfach machen und der Coin ist nochmal um ordentliche Prozente im Minus. Und dementsprechend schaue ich mir persönlich nur noch Projekte an, die neu sind, die spannend sind, wo ich verstehe, was der Coin macht, wo wirklich dieses Investment auch als Investment zählt und nicht als reiner Gamble in irgendwelche Altcoins rein, weil sie schon mal teuer waren und jetzt günstig sind. Denn mit dieser Strategie hast du eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du überall einen Totalverlust fährst. Und ja, es kann zwar sein, dass du ein 2, 3, 4, 5x machst, wenn du ein Altcoin, den du extrem günstig im Altcoin-Markt schießt und dann natürlich noch ein Bullrun ein paar x machst, das kann passieren. Allerdings, wenn du den schon minus 90, 95, 98% irgendwo gehodelt hast, dann macht dieses 10x auch fast nichts mehr aus. Drum, meine These für den kommenden Bullrun und den aktuellen Bärenmarkt, den wir haben, Projekte, die neu sind und Sinn haben, kein MLM sind, keine irgendwelche unrealistischen Renditenversprechen, einfach, dass die Leute einzahlen, hohe Provisionen und, und, und. Das Ganze sortiere ich aus und schaue mir wirklich an, was könnte ein Solana sein, was könnte ein Coin sein, der seine 100x macht, seine 200x macht und da werde ich auf jeden Fall meinen Fokus in den nächsten Wochen und Monate drauflegen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe es beobachtet und ich habe meinen Bitcoins nachgeweint, weil auf vielen Börsen wird dein ganzes Portfolio immer in einer Bitcoin-Zahl gemessen. Angenommen, du hast 10 Bitcoins gemessen an deinem Altcoin-Portfolio und auf einmal steigt der Bitcoin und das war 2018, 2019 auch so. Der Bitcoin ist gestiegen und alle Altcoins, die haben einfach geschlafen, die sind am Boden geblieben, die haben keine Bewegungen nach oben gemacht und sind halt wirklich so diese Ladenhütter gewesen, die keiner gekauft hat. Bitcoin macht ein 2x, ein 3x, verdoppelt sich noch und hat dann fast von 3.000 Dollar auf 20.000 Dollar hochgepumpt, ohne dass ein Coin mehr als 5x gemacht hat. Die Ausnahmen waren natürlich auch dabei, aber so ein Bag wie Ripple, der ist einfach da gesessen und ist ins Minus gegangen, weil dann noch eine SEC klargekam. Ist nicht schön und möchte ich auf absolutem Wege vermeiden. Deswegen denke ich mir, neue Projekte im Bärenmarkt suchen, ja. Aber ich persönlich, und möchte keine Anlageberatung darstellen, werde auf jeden Fall einen Großteil in Bitcoin reinlegen, in Binance Coin, in Ethereum. Das sind die großen Player, die absolute Berechtigung haben aktuell und natürlich auch im Bullrun dann hochgehen, auch mit einem sachten Gewinn wahrscheinlich, aber mit einem nachhaltigen Gewinn. Weil viele Coins, wie zum Beispiel ein Polkadot, ein Tron, AVEX, Litecoin, ETC, Chainlink, alles Mögliche hier, hat zwar das Potenzial, aber ich glaube, sie haben schon vergeigt. Es sind jetzt so viele Retail-Investoren drin, die genau wie ich 2018, 2019 darauf hoffen, dass der einfach wieder hochgeht, dass er sich einfach nochmal verzehnfacht, verhundertfacht. Wird nicht passieren. Wenn du hier bei Cardano zum Beispiel eine Verzehnfachung rechnest, dann bist du jetzt auf der Market Cap von Ethereum fassend. Das wird nicht passieren, dass das auf einmal so pumpt. Ethereum wird auch in der Market Cap steigen, gar keine Frage. Aber so ein 100, 200 X-Coin ist Cardano auf keinen Fall mehr. Das war er, ist er aber nicht mehr. 4 Dollar wäre schon realistisch oder wäre schon ziemlich hoch. Wenn ich den bei 4 Dollar pro Stück verkaufen kann, habe ich wieder ordentlich Cash in the Tash. Aber dafür müssen richtig viele Leute den kaufen und hochtreiben, weil ich stecke da sicher kein Geld mehr rein. Ich sehe das so als sehr träge Materie in meinem Portfolio, die auch nur sehr, sehr schwer steigen kann. So etwas wie Binance-Coin kann man auch immer noch kaufen. Da bin ich auch immer noch Fan davon, wenn man den selber analysiert und selber Recherche treibt, was das Ganze kann. Und mein Video zum Binance-Coin ist natürlich oben hier verlinkt. Da bin ich immer noch ein großer Fan. Also meine Quintessenz von dem Ganzen ist natürlich, ich werde Ausschau halten nach neuen Coins, die vielleicht eine Art Revolution oder gute Sachen haben. Wie jetzt zum Beispiel eigentlich auch der Bitcoin mit dem Taro-Netzwerk, werde ich definitiv ein Video in den nächsten Tagen einmal dazu veröffentlichen. Das ist nämlich was, das unglaubliche Präsenz in diesem Space erzeugt. Wenn jetzt Bitcoin Funktionen hat, von denen Altcoins nur in ihren Whitepapern träumen und null davon umsetzen können und auf einmal Bitcoin, die Mutter aller Kryptowerbungen, solche Funktionen addiert und einfach noch dazu nimmt. Also Bitcoin macht sich stark, Bitcoin macht sich ready und ich glaube, die Altcoins werden einen ziemlichen Shift erleben, was ihre Platzierung auf CoinMarketCap angeht. Schaut euch das nochmal an. Der Link zu den 2017er Stats ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Findest du alle Quellen zu den Videos. Und es ist einfach erschreckend, wenn ich mir einfach diesen Flashback gebe. 2017 CoinMarketCap. Meine ganzen Gelder haben irgendwie eine Achterbart hingelegt. Drei, viermal am Tag ging es rauf, ging es runter, ging es zehnmal so hoch rauf. Wirklich, wirklich atemberaubend gewesen, was du mit deinem Geld so hebeln kannst. Auch ohne Hebel, einfach mit Altcoins. Ich möchte definitiv meinen Bullrun in den nächsten Jahren so gestalten, dass ich die neuen Projekte sehr tief kaufe. Die alten Projekte, die ich jetzt halte, ich halte auch einen Solana, ich halte auch einen Ripple und Cardano einige, Polygon, Polkadot und, und, und. Die lasse ich. Das wird mit Pechenrohr krepieren und wahrscheinlich auch ziemlich sicher nicht mehr so gut performen. Aber diesen Gamble lasse ich drin. Dieses alte Streufeuer habe ich natürlich noch und gehe davon aus, dass wir vielleicht 100% machen, vielleicht auch 500%. Aber so einen 100x Altcoin, den will ich suchen und darauf liegt ein Fokus. Wenn du das natürlich begleiten möchtest, freut es mich, wenn du Abonnent dieses Kanals wirst. Ich kann leider nicht garantieren, dass das gelingt. Allerdings gehe ich davon aus, dass mein Portfolio dementsprechend schon noch einen guten Move nach oben machen kann, wenn ich mich richtig vorbereite. Und diese Vorbereitung kannst du natürlich auch in deiner Recherche mit einfließen lassen, wenn du meine Videos siehst. Und Daumen nach oben ist wie immer ein Träumchen. Und mit dieser kleinen Einschätzung über den Markt, über den Altcoin-Markt und generell den Krypto-Markt möchte ich mich heute auch schon verabschieden. Ich wünsche euch wie immer Happy Gains mit allen Altcoins, mit allen neuen Altcoins und vor allem mit dem Bitcoin. Wir sehen und hören uns. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.